Und am Italien, Leute, und herzlich willkommen zu einer Runde Let's Play DC Universe Online, Folge Nummer 306. 3, 0, 6, so, jetzt. Ja, ähm, ich will mit dem Zaubermädel was machen. Ich glaub's ein R eigentlich. Oh, ich weiß nicht. Oh, da kann man sich halt in die Scheiße reinreden, naja. Ähm, egal. Äh, so kann losgehen. Ja, was steht an, was ist los? Ähm, ja. Ich hab doch, äh, gesagt, Batman Arkham Knight wird kommen. Ach, doch nicht, nur so. Inweit, ähm, Zaubermädel. Äh, Schaubermädel. Leia not found. Ich wusste ja, ob es mit Anführungszeichen auch mit diesem komischen Gänsenfüßchen da war. Sauber. Was hab ich denn jetzt schon wieder falsch geschrieben? Ist egal. Ähm, vielleicht ist er grad nicht online. Ja, sie essen wir sie. So. Oh, oh, fuck. So. Ja. Ich habe gerade, ähm, meine legendäre, äh, Mitgliedschaft neu erworben. Ähm, ja. Ich hab ja eigentlich gedacht, ich mach's nicht mehr. Aber, ähm, dann hab ich auch meine Jahresbilanz bei YouTube geguckt und hab gesagt, hey, das hab ich eigentlich nur, ähm, dank DC und so. Und dann wisst ihr, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Batman Deathstroke. So. Oh, achso, zwei, äh, Spieler, okay. Du, jederzeit mach, was du willst. Äh, ja. Aber, das Ganze hab ich irgendwie nur DC zu verdanken bis da und so. Dann hat sich das da ja fast schon ausgewogen. Ja. Dann möcht ich einfach mal Danke sagen, dass ich hier so gut DC spielen kann. Danke. Danke. Also, ich bin ja so raus. Gib ja so viele neue Sachen. Das ist schon wieder Geiles eigentlich. Ich weiß nicht, welche Stufe sind Sauermädel überhaupt. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Hall of Doom Recovery, sagt mir was. Okay, also hat es noch nicht ganz so hohe Combat Rating. Aber 104 könnte ich werden, meins war auch schon mal höher. Naja, ich weiß heute gar nicht mehr was hier abgeht, um ehrlich zu sein. Ach, da werde ich mich wieder reinfummeln. Und ich war gestern, ich habe so ein Migränafeuer, war so schlimm. Ähm. Und jetzt habe ich so ein Hals. Und da sind keine Ahnung, die so gut reden. Ich habe noch nie gespielt. Ich habe noch nie gespielt. Na ja, das wird schon, ja. 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 raus, ne? Ja. Ah. Schon wieder zu wenig. Hm. Die haben wir doch. Ach ja, das macht Spaß. Savannah, Sie und ich haben eine Worte über deine freaking useless Security-Bots. Sieht gut aus. Cheetah, das ist die Seine so vom Charakter. Gefällt mir. Boah, diese coole... Ich weiß gar nicht, was ist denn das überhaupt für eine Aura? Sieht aus wie Schnee für mich. Ach ja, ich übermiss dieses Spiel doch schon. Cheetah. Ja, aber ich bin ja besser als Wonder Woman, weißt du doch. Ah, ich mach's ja zu früh hier oder was? Ach, komm schon. Ich müsste vielleicht nochmal wieder meinen Home-Turf alles zurücksetzen. Weißt du gar nicht, wie viel Cash ich gerade habe? Ah, so viele Fragen. Keine Antwort. So, ach so, so ein Zuschauer-Let's-Play mache ich doch immer gerne übrigens, falls da irgendjemand mal Lust drauf hat. Aber, dann müssen wir einfach mal zufälligerweise gleichzeitig online sein, weil zeitlich ist bei mir immer noch ganz genau mit Planen oder so. Warte kurz, warte kurz. Ich bin Jack Ryder und du bist Raw. Warum? Weil Bradiac nicht nur unsere Städte hat. Er ist nicht nur die Exobite-Puhrer der Zukunft Luthor bombt in unsere Welt. Nein, er hat einen Plan. Schau, wo seine Bottele und Bradiac attacken. Und wenn du nicht glaubst, dass du nicht wenn du zwei, drei Monate gespielt hast. Wusselmann ist es gar nicht. Ich glaub Anfang Juni hab ich die letzte Mal gespielt. Heute kommt euch natürlich immer ewig vor, gerade bei DC, Alter. Ist ja der Horror. Ich werde hier gleich nochmal durchfliegen und dann mir alle Dinger schnappen. überlaufen. Oh Mann, ich habe über dich online gelesen. Lass uns sehen, ob deine Power können was die Exobites mir gab. Overlord. Overlord? Das ist der von dem Spiel Overlord. Ich will Overlord wieder spielen. Oh ja, das werde ich unbedingt machen. Das kommt dann zum Lego Let's Play noch dazu. Overlord 2. Ich kann auch Overlord 1 spielen. Ich habe ja beide. Overlord 2 ist viel besser. So wie eine Fabel verarscht für mich irgendwie. Ich bin hinter Gut. Ich hätte gedacht, dass du es liebst, dass ich Lex Luthor jetzt mein rechtvolles Platz als der ultimator dieser Planeten. Als ich die Geheimnisse der Exobites I will defeat Brainiac and then no one will stand in my way Oh look the Cavalry has arrived such as it is this will be quick Hm. Kommt mir ja ein bisschen anders vor als bei ähm als im Comic. Im Comic sind wir auch weniger eingebunden. Wir werden ja nur durch wenige Charaktere dargestellt. Wir so vorher nachher ist ganz schwierig. Kann ich jedem ans Herz legen das Komme ist wirklich Bombe. Wenn so gibt glaube ich so eine deutsche Mison habe ja so jetzt aber wo ist es wo ist es bestand und bombs Hey, er ist overloaded. Was ist denn das jetzt? Ich bin overloaded, leider man. Was kann ich jetzt hier machen? Ja, mach das, Kalkulator, ich bin zurück online für den Moment. Oh nein, geh Superman aus dem Kryptonite-Kaig. Ich werde euch beide zu der Watchtower teleportieren. Und wenn ihr da kommt, lass Supergirl wissen, dass Superman alive ist. Sie hat mein Ohr auf das ganze Zeit. Exo-Bet-Cluster? Oh, bin ich verwirrt. Ähm... Achso, die habe ich alle geahnt. Äh... Klaro... Ähm... So, wie ging das nochmal? F4... Leak... Äh... Invite New Player... So... Zauber... Mädel... Ähm... So... Zaubermehl... Invite New League... So... Ich habe mich erwartet, dass du den Tag zu verlettern. Ich habe mich erwartet, dass du den Tag zu verlettern. Er versucht, den Kryptonien-DNA-Code zu verlettern. Aber in der Ende, er immer wieder zurückkommt auf Kryptonite. Das ist die Sache, die ich einfach nicht kämpfere. Sie sind ein wahrer Herrero. Und ein wahrer Freund. Jetzt muss ich raus und zurückkommt. Lass mich hier schnell und wir sprechen bald wieder. Ich bin Superman. Ich bin auf dem Planeten Krypton und bin hier, zur Erde, um mein Leben zu retten. Ich benutze meine Macht, um diesen Planeten und alle, die hier leben. Um sich zu retten, Selbstständigkeit, Krültigkeit, Griechenheit. Um mich zu retten, um mein Geschenk und meinen Wunsch mit anderen zu retten. Es ist gut, zu wissen, dass ich nicht alleine stand. In jedem Willen gibt es ein Hero. Und jeder Mann kann wählen, um ein Superman zu sein. Superman, was? Na endlich, hab ich die Feed auch mal bekommen. So, acceptiert. Okay. Ja, ähm, in Quantastics League ist wenig los. Das glaube ich zwar kaum, aber okay. Ähm, ich gehe noch, äh, Info-Zeichen, searchen. So. Oh. Dungeon & Dragons. Oder so ähnlich. Sooo, lalalala. Na, nimm dir. Daily Planet Archive. A pleasure to meet you, Miss Lane. I'm quite an admirer of your work. And of course I welcome any opportunity to clear up all this misleading press about LexCorp. Mr. Luther. It's Oracle. That shield generator is broken beyond repair. The damage seems recent, too. Eigentlich ist die selbe Story wie immer. Zwei Männer schien auf eine Frau, der eine wird gut, der andere wird böse. Ist doch immer halt selber. Wann ich? Der eine lässt die Welt oder gehen, der andere hilft der Welt. Nochmal. Machen wir das nicht alle mal so. Ich bin nicht sicher, dass ich dich entschuldigen würde, Superman. Ich bin derjenige, der die Geschichte über dich und der Daily Planet verbringte. Ich habe dir sogar deinen Namen gegeben. Und du gibst dein erstes Interview zu diesem ... ... diesem ... ... schlub ... ... Clark Kent? Entschuldigung? Entschuldigung, Frau Lane. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Was würdest du mir fragen? Alles klar, dann. Aber ich bemerge dir. Ich habe keine Schmerzen. Also, deine Macht. Wie funktioniert sie? Und es ist eine Frau Superman? Eine Frage, Frau Lane. Ich kann dich Lois? Meine Macht kommen aus dem jungen Sonnen. Seine Räume beeinflusst mich anders. Sie gibt mir Super-Strengthen, Flug, Speed und ... ... andere Macht, wie ... ... die Hekt-Vision. Du bist nicht ... Ich versuche dir, Lois. Ich bin ein Mann, nur nicht aus der Erde. Und ich mache, was es braucht, um diesen Planeten sicher zu halten. Aber ich weiß nicht. Sicher, wie ich heißt. Cresio Cresio 95 kann beide sein. Fügt beide hinzu. Äh, ja. Das seht ihr dann immer, wenn ich zocke. Aber nicht erwarten, da ich euch immer antworte. Weil ... Ne? Manchmal erstmal auch einfach bei Steam Online und ... ... spielt gerade. So was soll es geben. So, muss ich hier mal kurz verstehen alles? So, das hier haben wir euch geresearcht. Expired ... Expressionally ... Token of Prestige. Kann ich da immer nehmen. Ja. Hm. Ist doch eigentlich gerade egal, welche Exhibit wir nehmen. Also ich kann hieraus eine Exhibit formen, ja. Jeweils ... Geil. Gefällt mir. Hä? Moment. Ich bin doch eigentlich ... Oh, Alexis. Wolle ich mich vielleicht nochmal auslogen, nochmal einloggen, das kann ja sein. Ich glaube, das Spiel ist gerade selbst noch ein bisschen verwirrt. Ähm ... Das war auch hier ... ... die richtige Alter. Hä? Nicht? Ich bin nicht. Ich bin nicht. Aber jetzt, worin geht es denn überhaupt jetzt? Bis T8? Oder T7? Oder T6? T6, T7, T7. Ich bin T6 alt. Ich bin T6 alt. Das hier ist T6 neu. T6 alt. Also, CA 100. Also ich bin CA ... Ja, okay. Ah. Das hier ist die neue CA Stufe. Okay. Das wird mich nicht stoppen. Das Bätscher, es kämpft um mich. So was sagt man nicht. Äh ... Ich logge mich mal kurz aus. Bin gleich wieder da. So. Ja. Ich logge mich mal kurz aus. Mal wieder ein. Und dann ... Das wird schon. Würde mich wundern, wenn nicht. Weil eigentlich ... Naja, es kann sein, weil ich gerade, als ich eingeloggt war, wenn ich es so legendär gekauft habe und sagte, ach, was soll ich tun? Ich habe auch neue Mails, aber wenn ich die jetzt lese, Alter ... Ist der Tag rum. Ah. Ja, jetzt hat es geklappt mit dem Cache. War ja fast klar. Kein Plan mehr hier. Maid ist ganz schön wenig geworden, oder? Waren das nicht mehr 10? Ach, Marks Victory haben wir ja. Stimmt ja. Die wollen ja ersetzt ... Eigentlich muss ich nochmal ein neues Level 30 Tutorial machen. Habe ich auch vergessen. Oh. Vielleicht, wenn ich die normalen Krise auf Level 30 habe, dann kann ich es machen. Ja. Marks Victory sind 29. Bist du in need of repairs? Nein, bin ich nicht. Ach so, Karen war es. Karen! Nein, es war Sharon. Already collected? Habe ich noch nicht collected, zum Beispiel hier. Ach so, ich habe die Goggles bereits collected, aber ich habe noch nicht ... Die Vista, den Style habe ich collected, aber noch nicht das Ding, an sich. Schwierige Sache. Schwierige Sache. Die Frage ist, lohnt sich das jetzt überhaupt, wenn ich noch gar keinen Mod dafür habe? Die Frage ist, wie viel kosten die Mods? Fünf? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Fünf. Juri. So. Ach, jetzt bin ich jetzt hier ab 110. Nur dadurch, dass ich mir wieder Orlexes geholt habe? Vorher konnte ich die Dinge hier nicht benutzen. Weil ich keinen Orlexes hatte. Weil ich keinen Home-Turf hatte. Oder nein, keinen, naja, was es auch immer ist mit Dr. Faith. Faith, Faith. Oh, nice try. Nice try. Beach. Ich überleg gerade, wo ich zuerst hingehe. Nach Hause, hier hin, dorthin. Ist doch schwierig, ist doch schwierig. Christus Hood! Du, 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 du. Ist ja nett. Oder du du, 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 du. Ne? Was hab ich hier alles noch nicht aufgebaut? Da war ja was. Aber es sieht nice aus. Ladies and Gentlemen. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Es ist sehr schlicht eingerichtet. Da ist aber Absicht. Ist es nicht. Generator Replace. Jetzt gibt es nur 13. Gefällt mir. Ne, die Boost brauche ich jetzt gerade noch nicht. Eigentlich kann jeder die Base adden. Sehr gerne. Mir wurscht. Was habe ich denn sonst genommen? Obite Strike? Ach ja, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. So. Wir nehmen seit 24 Minuten auf. Naja. Machen wir mal ein bisschen länger als sonst. Nummer 1 und Nummer 2 passt noch. Und das hier muss natürlich besser gemacht werden eigentlich. Ah, ich müsste hier überall Precision und Might rein. Am besten Might. Weil ich ja Quantum bin. Mh. Ja, in der Liegenhalle habe ich auch noch. Ach ja. Ah, der hat CR-102. Geht auch. Überleg gerade. Ähm. So, was könnte er denn hier gebrauchen? Sidekick, modern Penthouse, Hideout. Ich denke, ein Sidekick ist ganz nett. Können die da nicht rein? Geht das nicht mehr? Verstehe ich nicht. Muss auf den zweiten Consumable mal rein? Kostet 5, naja. Anscheinend. So. Dann speichern wir das mal kurz. Der war hier. Habe ich kein Belt? Oh, kein Waste. Also keine Hüfte. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Und Print All. Hey, Jungs. So, und jetzt machen wir mal wieder die 1. Habe ich denn hier alles an? Hier habe ich alles an. Gut. Ich überlege gerade, ähm. Wäre hier ein Sidekick besser? Was wäre hier am besten? Supply Drop könnte auch nicht schaden, aber... Ja, machen wir so. Voila. So, passt doch. Ich gucke jetzt mal, ob ich nichts im Menü rumfliegen habe, was besser war gerade. Das hier ist nicht für Controller eigentlich. Ups. Nicht für Controller. Machen wir es so. Wenn ihr jetzt noch irgendwas seht, was hier, äh, komplett dumm ist, sagt Bescheid, ne? So, und dann würde ich hier nämlich den Sidekick lassen. Ich verwechsel die 1 und die 2 immer. Das ist irgendwie... Naja. Und die Wildcard, naja, aber die brauchen wir jetzt nicht. Oh, sieht das schön aus. So, dann gehen wir jetzt nochmal kurz in die Liegenhalle. Auch wenn die Folge ein bisschen überlänger kriegt, ist ja kein Problem. Und vielleicht haben wir ja schon genug Marks of Victory. Entschuldigung, ich glaube, wenn ich offline bin, ist das immer so ein bisschen... Da würde ich mal ein bisschen zurückgelassen, alles. Ähm, liegenhalle, liegenhalle. Äh, ruckelt, warum ruckeltst du? Da oben stehen 106 Frames und er ruckelt. Oh, ja. Aha. Wer ist denn die Tante? Ich will auch noch irgendwo stehen, hallo? Bei den meisten Verlierern, 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 Lost oder irgendwie so, da bin ich bestimmt ganz oben. Alter. Ach, er leckt mir auch die Tante. Alter, ich bin ja echt nicht mehr dabei. Oh, der Chris Crafter ist noch ab und zu dabei. Alter. Ist ja gut. Ich muss mal, glaube ich, in die Liegenliste gucken, was da jetzt für Leute drin sind. Das ist krank. Die drei sind in allem besser als ich. So, rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links, rechts, nein, links. Achso, hier wählen jetzt die berühmten besagten Mails. So. Ja. Na ja. Critical Attack oder machen wir erstmal Damage Out. Würde ich behaupten jetzt. So. Wenn es andere Wünsche gibt, immer in die Kommentare unter den Videos. Na ja. Ja. Finde ich schick. Ich bin gar nicht so mehr dabei. Das heißt, ich muss mich anstrengen. Ich muss so stark sein wie wildes Wasser, geheimnisvoll zu reich so wie der Mond. Na gut, lass mich. So. Ich würde sagen, hier machen wir jetzt eine kleine Pause. Ach, wir gehen noch in den Vault. Genau. Und danach. Gucken wir mal. Spark of Paradox bietet sich da an. Weiß nicht, was wir da so kriegen für, aber. Machen wir mal. Dann kriegen wir hier bestimmt auch einen Mark of Victory. Woah. Das Englisch hat sich auch sehr schnell eingelogt. Das ist es! Game ist vorbei, schau mal, schau mal, nichts zu sehen. Geh gehen, bevor meine gute Mood ausbreitet. Das bedeutet jetzt! Dann gucke ich mir noch meine Mails an, aber dann im Watchtower. So, deswegen fahre ich jetzt gleich nochmal runter. So, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's play! Die sehen wir uns online am besten morgen, hoffentlich. Wäre super, wenn ich wegkacke. Aber egal, wäre nicht schlimm. Guli, haut rein! Wir sehen uns! Irgendwann, dann irgendwann!